Dieses Let's Play ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Das Beste. Das Beste. Das Beste. Und du? Deine Reputation precede dich. Liberian. Aber wie wie eine Schnee. Unnatürlicher geboren. Selbst als Kind. Das war lange vor. Ich bin in Algerien selbst. Ich bin nur halb Französisch. Und? Wir hatten unsere eigene Krieg in den 90ern. Also, siehst du? Die gleiche Klappe, du und ich. Du kennst mich nicht. Ich habe meine ganze Familie verloren. Alles. Aber ich habe die verdammt. Die verdammt. Die verdammt. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Ich bin auch ein Verdammt. Und ein guter. Ich habe viele Menschen in Irak. in Afghanistan. Ich habe meine Rebellion gefunden. Du bist stolz auf das, bist du? Was passiert, passiert. Ich bin ehrlich gesagt. Ich habe es ziemlich gut gefunden. Meine Schwestern fühlt sich wie Dominos. Einer nach der anderen. Nicht einmal habe ich mich verletzt. Ich war in der Reise. Keine Herausforderung. Keine Worte. Keine Worte. Ich habe sogar meine Rebellion gefühlt. Zumindest hatten sie einen Kurs, um zu sterben. Okay. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Wen? Wer? Und ich wusste, was ich missen hatte. Liquid Snake? Den gibt es doch gar nicht mehr. Seine Ideale gaben mein Leben Sinn. Ideale, Jack. Was waren da deine? Ich... ... ... ... ... ... ... ... Oha! Oha! Hä? Nein, noch mehr Arme. Ach du Scheiße. Und das ist nur einer der Erschwerte, oder? Mongar. Oha, what the fuck happened now? Leute! Einen Kampf! Schaffen wir den? Oh fuck! Besegen Sie Mistral! What the fu- Eine Patsche! Sterben Sie, sterben Sie! Die Patsche! Yes, I want to play a game, but you are very, very weak at it. Und ich will know to- How to- KILL you! Uh oh, nein 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 nein. Oouh oh 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 oh, nein 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 nein. What the fuck? Komm! Komm, 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 komm! Nein, trotzdem wurde ich getroffen. Die ist gut, die Bitch. Ich habe hier eine Schwachstelle gefunden. Schnell hinterherjumpen. Ja, klar, dass wir über 100 Meter weit springen können. Dann komm her! Nein, 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 ein GMI-Fehler. Dammit. Das war irgendwie klar. Ha, glaubst du! Yes! Verdammt! Und ich wurde wiederbelebt. Gut. Wo will sie überall noch kämpfen? Kontrollpunkt 3. Na, komm her! Wir werden dich fertig machen, kleine Bitch. Ja, das wird jetzt ein Ende haben. Boah, die Musik ist irgendwie episch. Die Musik ist total episch. Das Lied, das gefällt mir so richtig. Ach, komm! Ich krieg dich noch. Ach, verdammt! Die ist gut. Autsch! Die ist extremst stark. Aber ich bin stark genug, um dich zu töten, Bitch. Komm her! Yes! Autsch! Okay, da wollte ich gerade fliehen. Irgendwo, ich wisst hier doch was. Ah, da. Dankeschön! Komm her! Kannst mich mal. Mich wirst du nicht noch einmal treffen. Yes! Sie ist tot, die Bitch ist tot, die Bitch ist tot, die Bitch ist tot. Yes! Hä, nein! Das war nur ihre Panzerung! Komm her! Jetzt bist du hilflos! Ein Geschenk von mir. Ah, schön! Was will sie noch alles machen? Mich kannst du nicht so einfach. umnähten. Ja, es ist wirklich vorbei. Komm, 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 komm! Oh, oh! Nein! Stromstörung! Nein, sie friert ein. Yes! Tot! Tot! Ja, das schöne Blut überall. Zack! Kampff? Ein B. Okay, ich bin damit zufrieden. Mistro, report! Ihr Vitos are dropping! Ich bin damit zufrieden. Aber du bist jetzt tot. Je Tem heißt ich liebe dich, aber der Tumon-Ka weiß ich jetzt selber nicht. Oh, Mistre. Er spricht nicht mit dir, Idiot. Du! Du hast sie töten! Du hast sie verletzt! Du hast sie verletzt! Du hast sie verletzt! Das ist die Verletzung! Ein Russe! Du hast sie verletzt! Der beleidigt auf Russisch und ich verstehe es, wie geil! Du hast sie verletzt! Nein! Da fuuuuck! Du hast sie verletzt! Du hast sie verletzt! Du hast sie verletzt! 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 Du hast sie verletzt! Du hast sie verletzt! Du hast sie verletzt! Du hast sie verletzt! Okay! Freigeschaltet! Okay, gut! Ich weiß dann nicht, was das sein soll, aber... Feinde, 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 Feinde! Achso, weiter! Raidens Körper anpassen? Gerne! Sekundärwaffe ist das! Eine Stangenwaffe L'Etranger! Eine durch Verbindung mehrerer Tripod-Arme hergestellte Stangenwaffe. Der Anwender kann sie wie einen Speer einsetzen oder die Spannung der Arme verringern, um sie in der Art einer Peitsche zu schlagen. Entwickelt nach sorgfältiger Analyse von Mistralskampf d'Athènes. Nur für 10.000? Cool! Kaufe ich einfach mal als, ja, Sekundärwaffe. Kraftverbesserung, klar, kein Problem. Fertigkeiten gibt's was Neues auch noch. Uh, Marché de Ciel und Lumière de Ciel. Ah, alles von Mistral. Also, wenn ich alles Mögliche gekauft habe, dann soll ich eigentlich Unbesiegbares ein. Naja, die Hauptwaffe will ich auch mal kaufen können, die 200.000er Waffe. Wird etwas lang dauern, aber ich schaff das schon. Und mit dieser Waffe bin ich dann wirklich unbesiegbar. Aber ja, Leute, bis dahin, glaube ich, wird's noch ein kleines bisschen dauern. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Nein, das überspringen wir mal. Oder nein, ich schalte einfach jetzt direkt aus, weil es wurde ja eh gespeichert. Also, Leute, wir überspringen das mal und bis zum nächsten Part. Euer PB-Style. Haut rein. Tschüss.